Das und das. Ja, da habe ich einen Punkt. Und jetzt noch die Lampe oder wir brauchen noch ein drittes Teil dazu. Das kann natürlich auch noch sein. Das, da ist hier der Punkt und hier der Punkt. Und das, da ist hier der Punkt. Das ist die Frage. Müssen wir nur die Abgebildeten, dass die Punkte scheißegal sind? Vielleicht müssen wir nur die Abgebildeten. Das kann natürlich auch noch sein. Machen wir nur die Abgebildeten. Muss man die jetzt ausmachen und anmachen? Das und das. Dann das und das. Nichts passiert. Machen wir es rumprobieren. Nichts passiert. Nur die Punkte hatten wir ja auch schon an. Also wo wir das erste Mal reingeklotzt haben, war es ja so, dass alles an ist. Ich drücke mal andersrum probieren. So, doch nicht. Hier scheint uns noch irgendein Drittelteil zu fehlen. Aber ich denke, es war nachvollziehbar, dass das die Dinger sind. Also bin ich der Meinung, dass das diese Puzzleteile hier sind, die dort abgebildet sind, weil ich meine, die sehen ja optisch genauso aus. Oder könnte hier wieder irgendein Trick drin sein, wie in der Kiste, dass das eine das oben ist. Aber warum sollte man das bei einer Lampe oder bei einer Jalousie verkehrt rum hinmalen? Macht ja auch keinen Sinn. Haben wir ein Messer? Ich habe ein Messer aufgehoben. Oh, wie er sich freut. Ich habe ein Messer aufgehoben. Muss ich mit dem Messer hier drin irgendwas machen? Aber das Messer wird ja eher random hier sein, denke ich mal. Ich gehe erstmal Pibimang. Ich gehe erstmal Pibimang. Und das Wie kann ich auch dernière gehen? Für slide. Ich gehe aus, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber im Endeffekt. Es wird schon so sein, dass die noch Strom braucht. Wo wurden hier die Anleitungen zum Strom herstellen? Maschinenraum. Hier wird der Sekundärgenerator die folgenden Dienste und stellt ihnen Funktionen zur Verfügung. Hauptbeleuchtungssystem, das läuft ja. Belüftung wird wahrscheinlich auch laufen, die meisten anderen nicht. Diese Dienste sind nicht verfügbar, wenn die Primärstromversorgung offline ist. Die mechanische Konsole im Maschinenraum zurücksetzen. Mechanische Konsole im Maschinenraum. Ist da nicht irgendwo was, wie wir den Strom wieder herstellen? Wir gehen erstmal in den Maschinenraum, die mechanische Konsole. Mal gucken. Kontrollraum. Elektroraum. Maschinenraum hier drüben. Das ist der Kontrollraum. Also müsste das hier hinten der Maschinenraum sein. Da. Hier müssen wir irgendwie rein. Hier kommen wir nicht rein. Ohne Kerle, oder? Ja, hier fehlt uns die Kerle. Hier sollte etwas hin. Das Messer. Shit. Wozu haben wir jetzt ein Messer? Wir müssen irgendwo so eine Karte finden mit zugehörigem Pin. Dann könnte man dort rein. Gab es denn? Gab es denn noch irgendwas, wo wir ein Messer gebrauchen konnten? Ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.